Guten Tag wünsche ich euch Leute und Willkommen zum heutigen Vlog. Super, es ist wieder mitten in der Nacht, mal wieder gut geschafft, das Video früh rauszuhauen. Ja gut, hi! Heute war auf jeden Fall extreme Aufnahmesechen. Wir haben heute wieder das Projekt Reset gestartet auf unserem Gaming-Kanal, Dena und ich. Dann haben wir noch an dem Intro gebastelt, Alter, es war auf jeden Fall nice. Heute viel geschafft, eigentlich wollte ich noch gerne mit Katie was aufnehmen, nämlich auf der Playstation. Ich hab mir extra eine Playstation und hallo, ich hab mir extra eine Playstation geholt, das Problem ist nur einen Controller. Es ist mitten in der Nacht, Samstagabends. Keine Elektronik-Fachgeschäfte haben auf, morgens Sonntag. Ich kann jetzt bestellen. Das heißt, ich muss irgendwo jetzt eine Playstation-Controller herkriegen, weil wir noch was auf der Playstation aufnehmen wollen. Nach dem Review über den Fernseher geklaut hat und die Fernlehnung hab ich jetzt endlich wieder einen neuen Fernseher. Ich hab auch eine Playstation und auch Games, aber es fehlt eine zweite Controller. Kein Problem, ich kenne ein paar YouTuber, die ja alle eine Playstation haben. Ich rufe einfach mal Dena an und frage, ob er mir nicht eine Controller ausleihen würde. Oh, Simon. Hallo? Hallo? Hi. Eine Playstation-Kontrolle möchtest du haben? Äh, ne, ja, ich spiele eine Xbox. Nein, 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 ich hab keine Controller, nein, nein. Ein schönes Wochenende noch, ne? Okay, tschau tschau. Oh, shit. In der Playstation-Controller von mir. Mhm. Versteck den drüber. Ja. Hier ist es gut, es ist weiß und die Controller ist weiß. Ja. Eine Stunde später. Oh, die Tür ist offen? Hä? Was denn hier los? Haben die Tür offen gelassen? Nein. Ey, was denn da los? Wo ist denn der Playstation-Controller? Da ist keiner. Da ist keiner. Ah, perfekt. Entschuldige Deppen. Zwei Stunden später. Fragt einfach nicht, was das war. Controller habe ich jetzt. Wir werden auf jeden Fall jetzt aufnehmen. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Das war jetzt einfach. Hoffentlich sieht meine Mama nicht mal die Winterenten machen. Tschüss. Du hast dich처 σου Springstead. In dem Beispiel. Typisch Bewegung. Du hast dich nicht gesehen.